Ja, ich grüße dich. Schön, dass du nochmal extra eingeschaltet hast. Ja, das mit der Bank hat sich wenigstens einmal erledigt. Aber was ich sehr komisch finde, ich war nämlich dort bei meiner Bankfiliale X und die haben gesagt, ja, ich muss noch einen Monat warten. Deswegen, siehe da, das Konto ist schon gelöscht worden. Nur falls da Nachfragen kommen sollten, was ich eigentlich nicht so glaube. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass Banken schon die Menschen etwas verwirrender machen, wie im Trance. Und ich kann euch eins noch dazu sagen. Man sollte sich nicht von einer Bank reinlegen lassen. Aber die neue Bank hat mich wenigstens mal herzlich empfangen. Und dafür sage ich danke. Und ich wünsche euch jetzt wirklich mal Rest Sommerferien weitermachen. Und ja, im September gibt es mehr Videos von mir. Tschüss.